Norddeutscher Rundfunk 2021 Norddeutscher Rundfunk 2021 Oh, da ist er! Und Cordoba abgefälscht! Und das Glück trägt auch heute wieder nicht König Blau. Es gibt den Elfmeter in der 87c Mach' ihn rein! Jawoll! Es wird Elfmeterschießen geben. Ja! Und den bringt er genau auf den Mann. Jawoll! Marc Utz. Jawoll! Der ist 0-4, ist weiter! Gut gespielt. Jawoll! 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 Das ist geil! Ja, der ist gut! Und der ist drin! 2-0, so kann man auch schon anfangen. Und da ist der drin! Jawoll! Ja, da ist Sadé, da ist das 4-1. Und damit können wir jetzt über das Viertelfinale reden. Ja! 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 Ja!